Ja, geil. Gut, dass ich... Ne? So. Da 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 dam da 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 bi du bi da 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 cool, ähm... Boh, hier gibt's Alter! Willst du mich verarschen? Okay, das ist gar nicht so tief, aber Also eigentlich will ich den Kieschen nicht mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Alter, ich dachte gerade, das wäre irgendein Viech. Was ist das? Kupfer, ne? Ja, das ist Kupfer. Was war das? Ihr habt es alle gehört. Was war das? Okay, Zombies. Alter. Das sollte sich an wie... Keine Ahnung. Boah, ich gehe schon wieder ins Inventar wegen meiner Maus. Ich hatte dieses Problem. Früher nie. Also wirklich nie. Ich hatte das Problem nicht. Woran liegt das? Das geht mir so auf die Nerven. Das sieht ja auch im Video nicht schön aus. Ich meine, klar, jetzt ins Inventar zu gehen ist keine Schande. Ich mache das mal aus. Was ist denn? Ist das... Ist das... Okay. Nee, ich will hier erst noch das Eisen mitnehmen. Habe ich hier irgendwas übersehen? Habe ich... Habe ich nicht. So. Was kommt da rein? Zu Reparaten... Nein, das brauche ich nicht. Ähm... Ah, das ist an. Alles klar. Beim Aufnehmen sortieren ist an. Dann müsste hier nichts in der Taskleiste landen. Eigentlich. Ja, Leute, damit da nichts zu essen. Hier ist aber der Weg vorbei. Spider-Man! Da habe ich doch Blatteisen übersehen. Okay, ich probiere mal was. Mich richtig hinzusetzen. Jetzt gehe ich einmal ins Inventar. Und platziere mir einmal richtig die Maus. Es tut mir so leid, das ist so ein... Ai, 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 ai. Ach, hier lag ein Pilz. Alles klar. Mama? Mama, hatte schon jemand das Leben gerettet? Ja, ein Pilz. Äh, ich stecke mich mal hoch, ne? Wenn da jetzt irgendwie Lava runtersegelt, ne? Dann, ich sag euch, dann ist es vorbei. Aber wir verlieren ja, Gott sei Dank, dank der Gravestone-Mod, nicht unsere Items, sondern da, wo wir sterben, entsteht ein... Alter. Ein Grabstein und da sind alle unsere Sachen drin, ne? Zumindestens Stand jetzt. Das wird sich später leider Gottes ändern. Und auf G kann man den einstellen. Ähm, ich find den aber ganz in Ordnung. Den Standard. Gravestone. Grape. Gravestone. Gravestone. Das heißt Grabstein, Junge. Oh Gott. Oh Gott. Oh, cool, Erze. Gar nicht mal so wenig. Was... Na gut, ist Steinsalz. Aber egal. Aus dem Salz können wir später viele schöne Dinge herstellen. Also, ne, eigentlich eher kochen. Ich meine, ich... Es würde mich wundern, wenn du mit... Also, mit Salz bauen ist, glaube ich... Gibt's Salzblöcke? Ne, ich glaub nicht. Ich glaube nicht. So. Eigentlich... Ah, guck mal an. So. Nein, ich dachte, da geht's runter. Oh nein, ich höre Labe. Ich find doch nie wieder zurück. Na, oh Gott. Ich finde nie wieder zu... Um Gottes willen. Ich finde... Nein. Alter, ich da... Alter, immer wenn ich irgendwas... Sehe, was sich bewegt, kriege ich Paras. Was ist das? Eisen! Okay, das ist jetzt hier Zinn. Aber hier ist Eisen. Oh, geil. Wie viele Eisenbüsche... Oh Gott, wir haben volles Inventar. Oh nein. Bitte nicht. Eisenbüsche. Wo haben wir denn jetzt die Eisen... Das ist Zinn. Ey, warte, wenn hier... Im Englischen war ich ja ein Wortspiel. Zinn, Aluminium. Essenz. Kupfer. Hier waren doch ganz klar Büsche. Ich meine, woher haben wir denn sonst die Beeren? Ach hier. Ich bin blind. Aber wir haben volles Inventar. Was mach ich denn jetzt? Das find ich jetzt nämlich nicht so lustig. Ich meine, vielleicht mach ich auch nur eine kleine Höhlen-Tour. Eine kleine Höhlen-Tour. Ich sollte meine Sätze beenden. Und verpiesel mich gleich einfach wieder. Oh, nee. Ich verpiesel mich doch nicht. Alter, wie viele Büsche hier sind. Das ist ja ein Traum. Das ist einfach ein Traum. Elf Büsche jetzt schon. Das ist krass. Oh, hier ist noch. Was ist das hier? Es ist Aluminium. Alles klar. Oh, das sind noch mehr Büsche gewesen. Geil. Hey, warte mal, wenn nicht. Das gefällt mir, der zoomt immer so ein bisschen an. Oh, Moment. Ich muss mich mal eben ganz kurz aner... Oh, Auge. Tut mir leid. Oh, so. Besser. Ich versuche mich so gut wie möglich zu konzentrieren. Ich meine, konzentrieren tue ich mich schon. So. Durch die Büsche können wir jetzt... Was? Feuerstein, hau ab, ey. Man braucht Feuerstein. Oh, nein. Ich finde... Oh, nein. Mama. 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 Oh, nein. Steinsalz. Ha! Das ist gemein. Das ist richtig gemein. Das müsste... Alu sein. Alu. Gib mir Alu, Alter. Ach, weißt du was? Ey. Weißt du? Moment. Ich gehe jetzt mal eben ganz kurz zurück. Aus folgendem Grund. Und zwar ist hier Lava. Das macht... Ah, da habe ich was vergessen. Aus folgendem Grund. Ciao. 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 Cobblestone können wir aber halten. Oh, die machen mir Angst. Wenn die mich hier in die Lava schubsen, laufe ich amok. Mama. Okay, hier bin ich erst mal safe. Ähm, ich will den Busch da haben. Gut. Ah, ich habe Brot. Ich... Nein, das ist Verschwendung. Ein Hungerbalken... ...ist Verschwendung. Wenn es drei herstellt. Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Mama, wir sind schneller hier. Hallo? Ich habe mir noch was vor. Nämlich Sachen ausbeuten. Nee, nee, weißt du? Ich bleibe jetzt hier mal eben stehen. Ich will nämlich nicht sterben, weil wegen... ...Dummheit oder... ...Voreil... ...Nicht... ...Kait. So. So, gehen wir mal schon Busch da. Hau ab. Ine, mene, muh. Hau ab. Ich will da nicht reinfallen. So. Wo sind denn jetzt die Busch? Da sind die Eisenbüsche. Oh, jetzt ist es hier dann ganz schön... ...luster geworden. So. Wackel. Ah, da habe ich Eisen übersehen. ...Komm ich da dran? Oh. Ja, ich komme dran, wenn ich mich hochbaue. Oh. ...Ach, da geht's gleich weiter. Mit dem... ...Cobblestone. Warum ist hier Cobblestone? Ich habe hier... ...Ich war hier noch nie. Warum ist hier Cobblestone? Ich war hier noch nie. Warum zum... ...Nein, Fackel rechts. Ich verlaufe mich am Ende wieder. Oh. Ach so, das ist ein Creeper. Ich dachte, das wäre ein Smaragde. Alter. Hä, jetzt ist... Aber... Ah, da ist Wasser. Habe ich mich jetzt erschrocken. Das ist eine Schl... Na, das ist eine Schlucht. Das ist gar nicht gut. Na, ihr Mistwiecher? Oh, der fühlt sich angesprochen. Soll er ruhig. Puh. Ich baue das da mal zu, damit mir das nicht... ...in die Quere kommt, das Wasser. Ja, ist ja gut. Ich komme ja gleich. Ich weiß, du... Ne, ich baue mich hier ganz vorsichtig runter. Ja, ciao. Kannst mal... Ah, da ist ein Skelett. Ich muss da weg. Der schießt mich da runter. Oh, mein Gott. Das ist mir in den letzten... ...der letzten... ...Augenblick. Guckt euch das an! Heieieieieieiei. Heieieieiei. Du Mistviech. Beim Tod noch schön die Knochen gebrochen. Ich meine, besteht ja eh nur aus Knochen. Ha? Was war das? Was war das? Alter! Der Pfeil hat mich fast getroffen. Alter! Weißt du, wenn ich einen Creeper hochgehen lassen würde... ...würden dann alle anderen Viecher sterben? Nur so eine Frage. Oh, mir fehlen Fackeln. Aber gut, dass ich Stickies und Kohle dabei habe. So. Boah. Verschnaufen. So, was ist das? Essenzbeerenbüsche! Geil! So. Ja, ist ja gut. Ich komme ja gleich. Meine Fresse. Und das Schöne ist, wenn ich den da... ...zum explodieren bringe, macht das auch keinen Schaden. Denn das ist... ...da ist Wasser. Das macht dann keinen Umgebungsschaden. Ja, ich komme ja jetzt. Ist ja gut. Na, wo bist du? Komm her! Jetzt hat er Schiss, weißt du? Ich spring da nicht runter. Alter, das ist Selbstmord. Alter, Schwede! Okay, da ist ein Creeper. Um Gottes Willen. Alter, 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 Schwede. Oh, 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 oh. Ja, tut mir leid. Die Playlist wiederholt sich. Tut mir leid. Es sind halt nur... ...paar Tracks. Es ist wirklich nicht viel. So. Ich sammle gleich alles auf. Ich will hier erstmal ein bisschen aufräumen. Hei, 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 hei. Okay, wisst ihr was? Wisst ihr was? Challenge time! Kommt her! Ich mache euch fettig. Mit meiner Holzerüstung. Mit meiner Holzerüstung mache ich euch fettig. Okay, der ist schon mal dumm wie Brot. Oh, warum fängt es jetzt an zu ruckeln? Oh, immer beim Kampf. Oder was heißt... Wo ist der Creeper? Du mieses Viech! Der versteckt sich da, dieses miese, 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 miese Viech. Boah, dieses Mistviech, ey. Alter, ich dachte da mal drauf. Ha! Alter, die verstecken sich! Wurde das so programmiert? Oder sind die von Natur aus einfach scheiße? Zu anderen Mitlebewesen, die sie nicht leiden können, tun, bien. Alter! Nein, hau ab! Ha! Guck mal, jetzt habe ich dich da nämlich runtergeschlagen. Jetzt bist du so klein mit Hut. Wie, kommst du da hoch? Ich komm hier nie wieder raus. Ha! Alter, habt ihr das gesehen? Das ist eine ganze Armee! Ha! Ja, mach du mal. Alter, habt ihr das gesehen? Ihr wolltet Action? Hier habt ihr sie. Und für die, die sie nicht wollten, sie leiden mit mir. Ja! Ihr seid doch alle bekloppt, ey. Oh nein, mein Kohles-Deck ist voll. Was schmeiß ich denn jetzt weg? Komm, hier zwei Bruchsteine. Ich werde hier... Ah, guck mal an, wie er da schon wieder angeschlawinert kommt. Das war knapp. So, meine letzte Fackel. Ich werde jetzt auf dem Rückweg alles das mitnehmen, was ich jetzt noch sehe. Und dann kommen wir ein nächstes Mal wieder mit... A, eine längere Höhlen-Playlist. B, eine bessere Rüstung. Und C, mit einer neuen Unterhose. Ich höre doch schon wieder irgendwas hierhin tappeln. Aber so richtig... Ja, so richtig... Getroffen wurden wir jetzt noch nicht, ne? Ich meine, getroffen ist mir egal, aber... So richtig... Dass es mal wirklich hart knapp war. Das ist mir bis jetzt noch nicht passiert. Aber ganz ehrlich, da kann es auch bleiben. Hallo, für alle, die da hinten sind. Das kann so bleiben. Ich habe mich vorhin so erschrocken, als da diese Armee rauskam, ne? Weißt du? Die waren auf einmal alle auf mich fokussiert. Alle auf einmal. Und ich dachte mir nur noch so... Nein, 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 nein! Raus da, raus da, raus da! Ich hätte mir echt... Ich habe mir fast... Also... Alter, dieses Kies da, ne? Boah, Kies, ey. Kies ist böse. Nein, ich mag Kies. Das sieht cool aus. Ich finde die Textur cool. Oh, um Gottes Willen. Und ich hätte mir... Boah. Ich hoffe, das reicht erstmal in Rohstoffen. Und ob ich die Büsche anpflanze, also... Ja, doch, anpflanze, weiß ich nicht. Nein! Du Mistviech! Du kleines, ekel... Das hätte mich umbringen können, ne? Wisst ihr, ne? Das hätte mich umbringen können. Ich glaube, wenn ich die Holzrüstung nicht gehabt hätte. Also in den älteren Versionen von Minecraft hätte mich das definitiv umgebracht. Da war der Schaden einer Explosion so dermaßen hoch. Ich meine, klar, eine Explosion. Wenn irgendwas direkt neben dir explodiert und deine Organe mit explodieren, dann bist du tot. Und ich glaube nicht, dass du dann noch weiter überlebst. Oder überhaupt lebst. Nein, da komm, das will ich alles mitnehmen. Zumindestens das... Das Lapis, das nehme ich mit. Kann ich nicht mitnehmen. Ich bin ein Idiot. Hätte ich so... Und das Redstone. Ah, nee, das Kupfer. Weißt du was? Dieser blöde Creeper-Kopf, ey. Der bringt... Weißt du... Das ist eh schlechtes Karma. Und das Lapis kann ich gut gebrauchen. Für später. Für Tinker. Für die Tinkers-Konstakt-Mod. Das bringt nämlich Glück auf den Werkzeugen. Jeder, der jetzt hier zuschaut, denkt sich... Hä? Was hat denn... Was ist hier? Hä? Ich weiß gar nicht, wovon der redet. Ja, kommt später. Kommt alles später, meine Lieben. Alles später. Ich werde euch alles erklären. Alles zu seiner Zeit. Aber auch ich, ne? Falls ihr jetzt denkt... Oh, der kennt hier alles. Bei dem brauche ich das gar nicht gucken. Glaubt mir. Auch ich kenne nicht alles. Also wirklich jetzt. Ich kenne wirklich nicht alles auswendig. Ich wollte halt zumindest nicht ganz... Uninformiert... Dieses... Format auf YouTube... Anfangen. Also hier sind jetzt die Bärenbüsche. Die nehme ich mit. Das Gold bleibt erstmal hier, weil ich es erstmal nicht brauche. So, das Eisen nehme ich auch erstmal mit. Ich wollte raus, ne? Ich wollte... Oh, mein Eisen-Stack ist voll. Alter, wer braucht Flint? Niemand braucht Flint. Feuerstein. Ganz ehrlich, wenn ich ein Feuerzeug haben will, ne? Nehme ich Deo und Furze. So. Ja. Jabbar. So. Ja.